6. Juni 2022, das manische Mostgumio-Ekalyptus, dreimal in Form geschnitten, die kleinen und einmal den großen. Die Abschnitte haben wir verwendet für Vasen oder Potpourri, damit wir die Insekten in Saum halten. Und hier noch einen ganz großen. Und hier haben wir die Insekten in Saum. Und hier haben wir die Insekten in Saum. Und hier haben wir die Insekten in Saum. Ja. Genau. Das war das.